Ich bin gestern super schwer in den Set gegangen. Ich glaube so um 2, 3 Uhr. Da lief das Spiel Serbien gegen Kamerun. Das hieft mir gar keinen deutschen Sender. Ich muss mich mit der VPN Verbindung mit der Schweiz verbinden und dann das auf dem Schweizer Kanal gucken. Aber das ging 3, 3 Uhr aus. Das war wirklich spannend. So ja, es ist vielleicht das Wetter. Es regnet. Aber so schlecht in Honolulu oder über der ganzen Insel kann es nicht sein. Die fliegen nämlich. Also nicht nur unsere, sondern auch Rainbow und die anderen Leute. So, da oben ist ein lauter Vogel. Ja und es Plätscher. Ja, Dachrenner. Mal sehen, wie das Wetter noch wird. Das sieht jetzt richtig so von Süden hoch. Und wenn das weitergeht, dann komme ich heute nicht mehr ans Meer. Trocken zumindest. Dann kann ich ja nicht angeln. Aber gut, jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Dann werde ich auf jeden Fall die Wäsche anschmeißen. Und um 9 Uhr, da müsste er wieder ein Fußballspiel laufen. Muss ich mal gucken, was das für eins ist. Ob das irgendwie interessant ist. Aber Kamerun und Serbien hört sich jetzt auch nicht super spannend an. Und war es aber. Also ich habe es noch nie erlebt und zwar nirgendwo, dass jeden Tag gesaugt wird. Also die müssen dann unheimlichen Dreck machen da oben. Ja, dann habe ich festgestellt gestern Morgen, dass die Milch sauer ist. Also da war sowieso nur noch so ein bisschen übrig. Aber nichtsdestotrotz, ich habe keine Milch mehr. Die muss auch mir die voll besorgen. Cybermunda ist heute. Da muss ich auch nochmal gucken. Obwohl ich eigentlich nichts brauche mehr. Ich glaube, ich habe fast alles. Und das war's. Was zwingend notwendig ist. Tankend vielleicht. Es ist eigentlich richtig angenehm kühl. Also es ist jetzt auf keinen Fall kalt, aber es ist auf gar keinen Fall warm. Hier drin in der Bude 24,3 Grad. Also man kann die Wälder nicht offen lassen. Wenn die ständig Lärm von oben und draußen und sonst noch wie auch immer rein dröhnen würde. Draußen trübe und kühl. Und komplett bedeckt natürlich. Ja, der Vulkan ist ausgebrochen auf dem Big Island. Aber der bleibt im Summit, also in diesem mittleren Bereich und fließt noch nirgendwo richtig hin. Das wird auf jeden Fall noch interessant. Ja, ich gucke mir das Spiel gerade an hier Portugal und irgendjemand. Da ist noch nichts passiert. So, zwei Sachen gehen heute noch zurück. Ich muss zum UPS-Straw. Dieser eine Staubsauger mit der Kordel. Der ist jetzt runtergesetzt heute auf Cyber Monday auf 14 Dollar. Und ich habe dafür 21 oder so bezahlt. Ich gehe zurück. Hier kaufe ich mir einen anderen mit ohne Kordel. Das gebe ich halt dann 10, 20 Dollar mehr aus, aber dann habe ich wenigstens einen ohne Kordel. Und ich habe einen gefunden von Eufy. Das ist die Marke, wo mein Roboter-Staubsauger her ist. Und der ist ja ganz gut. Und der hat richtig gute Kritiken. Kostet 35 Dollar hier. Und sieht doch besser aus als dieser Kordel. Das ist einfach so ein Stick mit einigen Dingern. Der wird besorgt und dann hole ich mir noch, da ist auch ein geiler Sunday-Monday-Deal. So eine Bohrmaschine von Black & Decor. Kostet mal so 100 Dollar. Habe ich nirgendwo billiger gesehen als 60, 70 Dollar. Gibt es hier gerade für 40 Dollar. Das ist so ein Schrauber mit Bohr für 40 Dollar. Kann man immer gebrauchen. Kaufe ich mir auch. Und dann muss ich noch mal schauen, ob ich nicht noch irgendwas finde, was ich noch wirklich brauche. Denn das brauche ich ja jetzt nicht wirklich. Also ein Staubsauger auf jeden Fall für das Auto. Also da ist ja so viel Sand so oft drin. Das besorge ich mir auf jeden Fall. Eventuell noch irgendwie sowas wie ein Surfboard-Tasche. Aber die sind wirklich teuer. 100, 200 Dollar. Brauche ich eigentlich nicht. Wenn ich da mit umgehe. Weißt du, hat hier keiner. Der Chris hat eine für sein Surfboard, aber benutzt eigentlich keiner. Die hauen das einfach so aufs Dach und schnallen das an. Da brauchst keine Tasche. So. Auf jeden Fall muss ich zum UPS Store und zum USPS die Sachen zurückschicken. Die Sonnenbrille-Gestelle und dieser eine Staubsauger. Ich habe die anderen Preise, was ich von meinen Bestellungen alle gecheckt. Da ist nichts günstiger geworden. Und von daher. Ja, muss ich mal sehen. Es regnet unterbrochen. Wir haben mittlerweile halb zwölf. Da spielt Portugal-Uruguay 2-0. So, ja. Es ist wirklich trüb. Und kühl. Ja, ich kann die Fenster den ganzen Tag offen lassen. Es heißt nicht auf. Hier drin 24,6 Grad. Hat sich überhaupt nicht geändert. So, jetzt muss ich trotzdem mal zum Post Office und zum UPS Store die beiden Sachen zurückschicken. Ähm, ich habe noch ohne eine Sachen bestellt. Äh, und dann muss ich zu Costco tanken und Milch holen. Mal gucken. Ähm, das ist der Plan. Und wenn es zwischendurch, ne, wenn ich da so in der Nähe bin bei Costco, aber mehr so aussieht, als würde es mal nicht regnen, was es zurzeit nicht tut, ähm, dann gehe ich auch mal ein bisschen angeln. Aber danach sieht es noch nicht aus. So, Wäsche ist durch. Die kommt jetzt in Trockner und dann gucken wir mal, was das Dach noch so bringt. Es wird auf jeden Fall geflogen. Rainbow fliegt und wir fliegen auch. Obwohl das Wetter eher ist nicht so geil. Aber die Wolken sind halt nicht so tief genug. Es regnet halt nur. So, dann sind wir unterwegs. Postbote ist auch gerade da. Bringt neue Pakete. Ich habe schon gesehen, ein Paket ist da. Von Fisherman's Life, dem YouTuber aus Kalifornien. Da habe ich ja einiges an Jigs nachbestellt. Die verliert man ja so schnell. Und die sind auch so schon die günstigsten und besten, die man so kaufen kann. Die 20-30-Gramm-Dinger. Und mit dem McFrida-Deal 3,40 Dollar anstatt 4 Dollar. Oder 4,50 Dollar für die 30 Gramm. Ähm, ja, kriegt man normalerweise nicht unter 5 Dollar. Da habe ich mir einiges bestellt. Oh, jo. Jetzt geht es zu dem Post. Der Post. UPS. Die beiden Sachen zurückschicken. Diesen komischen Staubsauger. Und die Brille. Dann eventuell tanken. Und auf jeden Fall Milch. Der brauche ich eigentlich nicht. Also der Tank ist noch halb voll. Ja, aber... Kann man ja an einem kühleren Tag mal nutzen. Und an einem regnerischen Tag. Ich habe eh nichts vor. So, alle Pakete abgegeben. Es waren ja nur zwei. Das ist auch super unkompliziert. Beim United Postal Service, da schmeißt man es einfach nur in den Container. Und bei UPS, da scannen die einfach nur den Code. Brauchen wir es nicht mal zu verpacken. Und nix. Von daher, ja. So, jetzt geht es zu Costco. Das ist direkt hier um die Ecke. Eventuell gehe ich noch bei Target vorbei. Aber Cyber... Ne, hier. Black Friday ist ja eigentlich vorbei. Geht ja alles mehr oder weniger online. Von daher, ja. Ja, Costco Milch. Gucken, was ich sonst noch so mitnehme. Ich habe eigentlich noch genug Essen. Und dann geht es wieder nach Hause. Denn das Wetter ist einfach absolut furchtbar. Da fahre ich nirgendwo hin. So, der Regen hat auch gehört. Zumindest. Kurzfristig. Ja, und 23 Grad ist es offiziell. Fühlt sich aber irgendwie wärmer an. Also besonders in einer langen Hose und einem langen Unterhänden, was ich da trage. So, ab nach Hust. Gucken wir mal, ob wir später noch mal irgendwo hinfahren. Oder nicht. Aber ich glaube, das ist eher eine Regenpause und nicht das Ende. Ich habe mir immer diese Billigpapiertücher bei Walmart geholt. Da bin ich gerade noch mal vorbeigefahren. Und da sieht man ja also die Inflation sehr deutlich. Da habe ich immer nur 49 Cent für bezahlt. Die sind super dünn. Sind kaum irgendwelche Dinger dran. Dann ging es hoch auf 55 Cent. Dann auf 65 Cent. Und 65 Cent ist ja schon happig. Und dann wollte ich mir die holen gerade. Kostet jetzt plötzlich 78 Cent. Habe ich gesagt, du ne. Also die lauten Nachbarn von oben, ja. Die scheinen ja Weihnachten wirklich zu lieben. Nicht nur, dass die das komplette Geländer hinten zum Garten raus am Balkon mit Lichtern vollgepackt haben. Die haben auch oben alles. Und hinten und vorne. Und jetzt sehe ich hier gerade den ganzen Eingangsbereich. Sieht man wahrscheinlich hier nicht so gut. Voller Weihnachtskram. Inklusive Kugeln. Und hast du nicht gesehen. Wahnsinn. Ja, ich habe mir auch überlegt, ein paar Lichter zu holen. Ich habe sogar welche für 250 gesehen. 100 Lichter. In grün, rot, blau oder weiß halt. Habe ich gesagt, ne. Brauche ich nicht. Bitte zu Hause. Alles erledigt, was ich erledigen wollte. Ja, es regnet gerade nicht. Wir gucken, ob ich nachher... Dann muss ich mal gut die High-Tide, Low-Tide checken. Vielleicht fahre ich einfach nachher mal ein bisschen angeln. Geht jetzt auch keine richtigen Klamotten dafür an. Ja, ich habe mir den Staubsauger für das Auto gekauft. Es gibt einen 30 Haar, aber der kostet 119 Dollar. Ich habe mir den 20 Haar gekauft. Kostet immer noch 80 Dollar. Aber soll eine starke Saugkraft haben. Ist ein schöner, sehr cooler Staubsauger für das Auto. Und der hat auch keine Kordel. So, es sind zwei weitere Pakete hier angekommen. Hier das Angelzeug. Ich muss noch gucken, was das ist. Bisschen beschädigt. Ja, und Vitamin C habe ich auch geholt. Denn das ist ja meins geht zur Neige. Und das hatte ich mir eigentlich schon auf Amazon bestellt. Aber hier kostet eine Tablette nur 3 Cent. Und das auf Amazon, das günstigste 4 Cent. Von daher habe ich die Order-Rücke nicht gemacht. So, jetzt entspanne ich mich erst mal ein bisschen, spielen eine Runde Poker, lad ein Video hoch und check die Tights. Vielleicht noch mal ein paar Salbe wandeln die jetzt. Denn eigentlich habe ich alles bekommen, was ich wollte. Restlos alles. Mein Laptop wurde heute verschickt. Das heißt, er kommt demnächst. Mein neuer. Nice. Ja, meine Jigs sind angekommen. Damit komme ich hoffentlich erst mal eine Weile hin hier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, oder wie auch immer. Also bis ich die alle verloren habe, das dauert hoffentlich eine Weile. Obwohl man die schnell verliert, da sind richtig geile Haken dran. In beiden Paketen war was drin, wo habe ich gedacht so, ey, das habe ich aber gar nicht bestellt. Das wollte ich ja gar nicht. Umsonst. Das kostet normalerweise 10 Dollar hier, diese Cable Baiter-Dingsbums. Die steckt man so in den Fisch mit dem Haken, bla bla bla. Was habe ich denn sonst bekommen? Bei dem Vapejuice-Zeug, das war das zweite Paket, da habe ich auch einen Vapejuice umsonst bekommen. Diese Black Friday-Deals, da waren 50% off, gab es auf dem Vapejuice. Das gibt es nur einmal im Jahr. Und hier bei Fisherman's Life, da gab es 30% off, plus nochmal so ein Coupon für Altkunden. Da habe ich natürlich diese Angeltasche, die da in der Ecke steht. Da. Die habe ich mir irgendwann bestellt, weil ich die unten haben wollte. Die ist richtig geil. Das ist ein Rucksack, eine Tasche mit allem. Und da habe ich, glaube ich, 70 oder 80 Dollar für bezahlt. Und die gab es jetzt für 63 oder 64 Dollar. Also, aber musste ich haben, habe ich bisher noch nicht benutzt, musste ich aber haben, ist richtig geil. Richtig geiles Material, kriegt man normalerweise nicht. Und dieser YouTuber, der lässt die selber herstellen und so weiter. Und von daher, der macht richtig geile Sachen. Und diese Jigs für 3,40 Dollar, Hammer. Und wie gesagt, da habe ich ja diesen Papio mitgefangen. Also die funktionieren hier auf jeden Fall. Da musst du nur aufpassen, dass man da nicht in die Nähe von der Koralle kommt. Da bleibt der direkt hängen. Aber gut, jetzt habe ich 20 Stück. Bis die weg sind. Das dauert hoffentlich bis zum nächsten Black Friday. Okay. Nice. So, ich habe jetzt gesehen, wegen Wetter, der Markus konnte heute Morgen zwei Mal fliegen. Und sein Nachmittagsflug und der Koji, sein Nachmittagsflug, mussten beide abgesagt werden. Auf dem Big Island ist genau vor der, oder über der Lava, ist eine Flight Restriction, weil da so viel Asche in der Luft ist. Und da darf man nicht fliegen. Das heißt, die Flügel werden da alle auch abgesagt. Ja, ich habe YouTube-Videos gefunden. Also, da ist richtig Lava am Start. Das ist jetzt nicht super krass am Erupten, aber eigentlich schon. Aber es fließt jetzt halt noch nicht so richtig krass den Berg runter in Richtung Populated Area. Aber, mein lieber Mann, das sieht gut aus. Da muss ich demnächst mal hin und mit Blue Hawaiian drüber fliegen. Da habe ich richtig Bock drauf. Halb sieben mittlerweile. Eingeschlafen bin ich. Ey, diese neue Alexa. Ey, die hat wohl den Bassenkossen. Was? Also, wenn ich das vergleiche mit der Generation 2, was ich in der Küche stehen habe. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt muss ich mal mein Bett beziehen und Wäsche zusammenlegen. So, die Lava, ja, auf dem Big Island, die fließt wohl nordwärts. Weg vom Populated Area. Und Blue Hawaiian ist ja wirklich schlau. Die haben direkt eine neue Tour kreiert. Die Blue Hawaiian Eruption Tour. 60 Minuten lang. Kostet wahrscheinlich einiges. Aber die muss ich auf jeden Fall demnächst mal machen. Da muss ich mal jumpseaten zum Big Island. Dann fliege ich da umsonst mal zur Lava. Und dann fliege ich wieder zurück umsonst. Und das ist ja wirklich sehr, sehr cool hier. Seit der erste Vulkan, also der erste Ausbruch dieses Vulkans seit 1984. Um genau zu sein, April 1984. Und, ja, historisches Event, historischer Event. Ja, und, ja, das wird jetzt angeboten da. Hammer, das hier, Blue Hawaiian ist kreiert worden in 1985. Das heißt, ein Jahr nachdem das Ding zuletzt gesprudelt ist. Hammer cool, Mann. 1984. Das sind 28, 38 Jahre. Ja, ich bin auch mal ein bisschen müde, wenn ich das jetzt nicht richtig gerechnet habe. Aber, ja, so ein Press-Review sogar rausgekriegt, offiziell. Presseverkündung. Mauna Loa Eruption Tour. Duschenweich. Bett ist neu bezogen. Wäsche zusammengelegt. Mittlerweile kurz nach neun. Video schneide ich jetzt gerade noch zusammen. Irgendwas soll ich noch sagen, weiß ich aber nicht. Zum Abendessen gab es eine Schoki. Ja, ähm, also, obwohl ich eigentlich einiges an Schokolade esse, nehme ich trotzdem zur Zeit nicht zu. Obwohl ich mich jetzt auch nicht übermäßig sportlich betätige. Ja, das mit dem Vulkanausbruch ist ja wirklich äußerst spannend. Kein Immediate Threat für irgendwelche Leute auf dem Big Island. Aber trotzdem ein Spektakel der absoluten Sonderklasse. Ähm, ist natürlich auch gut für Blue Hawaiian. Ist ja klar. Ähm, ja. Und jetzt gucke ich mir noch einen Film an. Das YouTube-Video von heute schneide ich noch zusammen. Cyber Monday ist in einer Stunde vorbei. Ich habe noch mehrmals geguckt. Äh, das kann ich ja noch brauchen. Ich habe so viel bestellt. Davon geht eventuell ein, zwei, drei, vier Dinge noch zurück. Ich habe mir ja dann im Endeffekt auch Dinge bestellt, die brauche ich nicht wirklich. Aber so ein, so ein, ähm, Handschrauber, Bohrmaschine oder, und, ähm, gleichzeitig halt zum Schrauben reindrehen. Ähm, kann man immer gebrauchen. Und da habe ich mich schon ein, zwei Mal geärgert, warum ich es nicht habe. 40 Dollar. Und dann halt, äh, ja, Staubsauger für ein, fürs Auto. 80 Dollar ist ganz schön happig. Den werde ich erstmal testen. Das kann man alles noch bis, ähm, alles, was man jetzt bestellt hat auf Amazon, das kann man bis zum 31. Januar noch ohne Probleme zurückgeben. Das war auch dieses, dieser Sonderdeal. Normalerweise hat man 30 Tage. Und dann, ähm, dann bleibt man drauf sitzen sozusagen. Aber bis zum 31. Januar, das heißt, man hat mehr oder weniger zwei Monate Zeit, um es zu testen. Und kann es dann einfach zurückgeben, kriege ich die Kohle zurück. Egal, wie sehr man es bis dahin benutzt hat. Von daher, äh, das war auch noch ein weiterer, äh, Grund, warum ich jetzt einfach zugeschlagen habe. Und ich hatte halt ein bisschen Geld auf dem Konto. So, ja, ähm, kühl ist es wieder mal. Was haben wir hier drin? 23,9 Grad. Draußen windstill. Das ganze Tiefregen, diese Regenfront ist jetzt vorbeigezogen. Das heißt, morgen müsste wieder schönes Wetter sein. Am kommenden Wochenende wird es dann wieder sehr feucht. Luftfeuchtigkeit war natürlich heute den ganzen Tag über 90% und mehr. Also es war schon ganz schön schwül. Aber, jetzt nicht super unangenehm bei Temperaturen um die 25, 26 Grad. Ja, mal gucken, ob ich mir heute Nacht ein Fußballspiel angucke. Ich weiß gar nicht, wer spielt. Das werde ich dann noch sehen. Letzte Nacht war ich ja super spät wach und, äh, übermorgen muss ich ja schon wieder arbeiten. Obwohl natürlich die Woche sehr, sehr, sehr schwach ist. Also es sind kaum Flüge auf dem, auf dem Schedule. Ich meine, ich, als Passagier würde ich jetzt auch lieber auf dem Big Island fliegen. Aber, mal sehen. Markus ist ja auch wieder da zurück. Das heißt, ähm, ja, wir sind wieder drei Piloten.